Grüß Gott, mein Name ist Pater Johannes Haag und herzlich willkommen bei Tschertamen. Mit dieser neuen Videoreihe möchten wir versuchen, euch möglichst kompakt die wichtigsten Glaubenswahrheiten der katholischen Kirche darzulegen. Natürlich können wir dadurch keinen Glaubenskurs an sich ersetzen, aber dem einen oder anderen von euch mag es vielleicht helfen, das Glaubenswissen in Häppchen etwas aufzufrischen. Für andere kann es die Möglichkeit sein, unseren katholischen Glauben etwas besser kennenzulernen. Es gibt mehrere größere Themenbereiche, über die wir sprechen werden. Wir beginnen mit Jesus Christus, schauen uns die Offenbarung an, Gott, die Kirche, die Sakramente und viele weitere Themen. Und dabei werden wir uns Fragen stellen wie, woher wissen wir eigentlich, dass Gott existiert? Sind die vier Evangelien und das, was sie uns über Jesus Christus berichten, sind sie überhaupt historisch? Was ist die Sünde? Wieso müssen die einen Menschen mehr leiden als andere? Oder wenn doch Gott gut ist, warum lässt er dann zu, dass manche Menschen in die Hölle kommen? Hoffentlich können wir uns auch praktischere Dinge ansehen, wie man zum Beispiel einer Heiligen Messe ein Volksmessale verwendet, um würdiger und andächtiger an der Heiligen Messe teilnehmen zu können oder was grundsätzlich zu einem katholischen Leben gehört. Ich freue mich zusammen mit euch, diese spannenden Themen zu entdecken. Bis bald! planungs 🎵 SLIDE